Willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange mit mir der GV. Wir befinden uns in der Garage, haben soeben das kleine Werkzeug für unsere kaputte Polaroid-Kamera entdeckt und wollen jetzt wieder hoch zu Chloe, wo wir uns ans Basteln ran machen können. Und wir haben auch ein paar interessante Indizien gefunden, die dafür sprechen, dass der Stiefvater vielleicht ein etwas übersorgter Mann ist, der hier überall Überwachungskameras angebracht hat. Und ich bin mal gespannt, was Chloe dazu sagt, wenn wir ihr darüber erzählen, dass sie hier beschattet wird. So, habe ich irgendwas übersehen? Was ist das? Wrong way? Ist das ihr Zimmer, oder? Hier war das Bad, hier ging es nicht rein. Lustig, fällt mir jetzt erst auf, was an ihrer Zimmertür steht. Chloe hört auch mittlerweile keine Musik mehr. Ich weiß nicht, ob die jetzt Copyright geschützt war im letzten Part. Ich nehme gerade sehr viel am Stück auf, weil ich das Spiel einfach echt klasse finde und es super viel Spaß macht und ich hoffe, euch auch. Und wir wollen jetzt mal mit Chloe reden. So, ich habe das Werkzeug. Wir sind ganz schön begraben. Oder auch nicht. Anscheinend kommen wir nicht weiter. Oh, das ist die Foto. Oh, das ist die Foto. Ja, ich war da. Ich war da, hiding in der corner. Damn, you were a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Um, nicht im Gerings. Da haben wir sie erkannt. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So, you must have overheard our conversation. Um, ja, haben wir. Vielleicht erzählt sie uns ein bisschen mehr darüber. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money. Drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Ja, okay. Das Gespräch verlief schon mal ganz gut. Ehrlichkeit zahlt sich anscheinend immer mal aus. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. Ooh, you're crazy. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that phony white ass. Or take my picture with your new camera. Oh, ich hoffe nicht copyright geschipfte Musik. Aber wie cool die ist. Ach man, das ist doch echter Dreck. This day couldn't get any stranger. Das ist doch richtig mies. Wir waren mal letzte Freunde. Und die erinnert sich sogar an den Geburtstag von der Guten Max. Und wir waren echt scheiß Freunde. Oh, oder scheiß Freundin eher. Wie cool. Ja, wir sollen so fotografieren. Alles machen. Wie cool. This song fucking rules. Can't dance hippie? Come on. Rock out, girl. Wie cool. Wie cool. Break it down, Max. Ha 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 ha. Yo, turn it off. Turn it off. Turn it off. Uh oh. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. Oh fuck. I'm coming up. We need to talk. Oh no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Was? Echt? What's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Wir gehen... Max, find a place to hide now. Chloe, what are you doing? So. Chloe, you're stalling. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Oh god. Just let me in. Now. Please. One second. My bra is stuck. Can we get stuck? I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Can we get stuck? Ah. I'm giving you a minute. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? One, two, three. Oh no. Shit. Scheiße. What's going on in here? Why is she here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking. She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. Oh noooon. One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Is that grass? Was? Is this true? Was? Was? Really? Jetzt? Äh. Also bei aller Liebe Leute, kleiner Ratschlag von mir jetzt zu diesem Punkt. Egal wie gern ihr eine Person mögt, nehmt niemals die Schuld für sie. Nein. Nein, nein, nein. Wir werden jetzt nicht die Schuld auf uns nehmen, nur weil wir irgendwie beste Freunde bleiben wollen. Sowas macht man nicht mit besten Freunden. Oh, das ist nicht. Nein, nein. Das ist nicht meine. Oh, natürlich nicht. Ich bin sicher Chloe gets all the best shit, right? Ich bin sicher sie dir gute Freundes ragen. Ich bin sicher, dass sie dir gut Freundes ragen. Warum du nicht so off meine Krack? Stop taking your war rage out on high school girls! Du hast gesehen ragen, du lichst. Fuck you pig! Woah! Dauti! I... Listen. You asked for that. You know exactly what you're doing. For your own good, you should stay away from Chloe. She's a loser and she'll only drag you down. Stick to doing your homework. Listen David, I have proof you got all up in Kate Marsh's face today. Surveillance proof. What are you talking about? You know what I'm talking about. You only think you're tough and clever. This too shall pass. Now clean this pigsty up. Wir haben Fotos gemacht, Leute. I'm sorry Chloe, I didn't know what to do. Whatever. Everybody bails on me. Even my best friend Max. Don't you? Ach komm schon, das ist jetzt echt gut. I wish I hadn't even seen you. As if you care. Color me out of here. Also bei aller Liebe, aber wir lassen uns doch jetzt nicht von der angeblich besten Freundin hier, ähm... David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ja, wir könnten glaube ich jetzt zurückspulen. Ich frage mich, wo hätten wir uns denn bitte hier verstecken sollen? Und das Bett wollte sie nicht. Im Schrank kamen uns die Sachen entgegen. Ähm... Hier hinterher hätte nichts gebracht. Unterm Schreibtisch. Ne, das hätten wir glaube ich gesehen, oder? In einem Karton passen wir auch nicht rein. Ähm... Ich könnte das ändern, damit ich nicht schmerze. Ähm... Ja, aber... Ich will eigentlich... Äh... Nein. Ich finde nicht, wir sollten das ändern. Ich finde, wir haben alles richtig gemacht. Wie gesagt, ähm... Man sollte niemals irgendwie die Schuld auf sich ziehen, wenn man es tatsächlich nicht war. Und das war auch kein Best-Friend-Verhalten von ihr, dass sie uns die Schuld in die Schuhe schieben will. Und, ähm... Das kriegen wir anders gerade gewogen, wenn das Spiel uns lässt. Anscheinend lässt uns das Spiel nicht. Will das Spiel etwa jetzt ernsthaft... Achso. Wir können über das Fenster Chloe's Raum verlassen, aber nicht über die Tür. Das ist ja sehr human. Wie gesagt, ich finde, wir haben alles richtig gemacht. Bitte schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr diese Folge seht. Was hättet ihr gemacht? Würdet ihr die Schuld auf euch ziehen? Oder fandet ihr es nur richtig, dass Max sich nicht irgendwie jetzt als drogennehmende beste Freundin ausgibt? Ich denke, wir machen uns viel mehr Bonuspunkte, wenn wir eben ein komplett anderer Typ sind wie Chloe in dem Fall. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren. Und vielleicht wisst ihr ja auch, wo man sich hätte hier noch verstecken können. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir verlassen jetzt den Raum und lassen die Geschichte so stehen. Da ist wieder der Leuchtturm, sehe ich gerade. Ist das wieder ein Traum? Es ist schon echt sehr schön da. Wahnsinn! Und es dämmernd anscheinend. Gehen wir jetzt an den Ort? Und... Okay, wir sind also hergekommen um ein wenig... Wir sind anscheinend jetzt an den Ort zurückgekehrt aus unseren Träumen. Und das wollte ich gerade sagen. Irgendwie ist immer noch wenig... Hinterfragt sie immer noch wenig, warum sie diese Fähigkeit hat. Setzt sie einfach nur gerne nach Belieben ein. Vielleicht... Ja, Chloe wird sich schon wieder einkriegen. Die hat ja sonst keinen. Also wird sie irgendwann auf Max wieder zugehen und sich vielleicht sogar entschuldigen. Ich fühle mich, wie ich wieder in meinem Nachtmärchen bin. Sehr gerne. Wir werden jetzt mal schauen, was wir hier finden. Hier sind auch anscheinend öfter mal Leute. Hier liegen Dosen und so herum. Es scheint ein Ort zu sein, wo vielleicht die Vortex-Gruppe abhängt. Okay. Dangerous. Hier sollte man vielleicht nicht unbedingt lang gehen. Oh, wir haben von Warren eine Nachricht gekriegt. So, wen haben wir denn jetzt dazu gekriegt? Hier steht über Rachel etwas neu. Okay. Ob sie von zuhause weggelaufen ist oder ist sie vielleicht doch etwas zugestoßen? Ihre Eltern tun mir leid, muss hart sein, so etwas durchmachen zu müssen. So sehr Blackwell auch an ein verborgenes Reich voller Wissen erinnert, der Welt da draußen entkommt man einfach nicht. Okay. So. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall eine neue Tagebuchseite. Einmal hier. Das war der Moment, wo Chloe Stiefvater auftaucht. Es stellte sich heraus, dass es David Madsen war. Ja. Der nette Typ, der Kate bedroht hat. Ah ja. Okay. Ich dachte lieber über mein Stipendium an der Blackwell nach, als über unsere Freundschaft. Und David hatte mir vielleicht Angst gemacht. Naja, nun ist Chloe wieder stinksauer auf mich. Alles wieder auf Anfang. Ich versuche immer noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber versage immer aufs Neue. Wir haben doch nicht versagt. So. Wir schauen mal nach Warren. Ah. Oh. Oh Gott. Wie süß. Erde an Max. Dein weißer Ritter. Warren hier. Ich weiß, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Oh. Schaut doch mal. Der hat ein Pfeilchen davon getragen. Der hat uns doch von Nathan gerettet. Oh. So süß. Geile Idee. Finde ich super. Bin dir was schuldig. Dank für deine Hilfe. Ich rufe dich später an. Okay? Ich schwör. Kein Problem. Und du musst mir immer noch dein großes Geheimnis verraten. Hehehe. Oh. Oh Gott. Ist das süß. Also ich würde mich ja freuen, wenn... Oh. Oh. Das ist so glücklich. They can always escape. Ich fände es ja total niedlich für die Geschichte, wenn Max sich ein bisschen besser mit Warren versteht. Wer sitzt denn da hinten auf der Bank? Seht ihr das? Ist das... Ach. Das ist Chloe, oder? Was haben wir hier? A tree haiku? How pretty. Turn this way now. Turn this way now. A tree haiku? Or face the lonely, attuned tree and never look back. Okay. Was ist dahin? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Hm. Gott, das sieht aus. Kann ich jetzt grad gar nicht sagen. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Hm. Hier ist auch ein Graffiti, ein Affe. Clearly. The Bigfoots are everywhere. Ach ja, das Maskottchen der Football-Mannschaft. Der Leuchttor. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Ah, vielleicht ganz gut, dass wir da nicht hochgehen. Mach'n Graffiti. How long has that been here? Trust no one. Vertraue niemandem. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Hier ist wieder die Karte. Die kennen wir ja auch. Wow, Sir. Chloe drew that to mark our tree for it. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Das haben wir schon im Albtraum gesehen. Das ist ihr Baumhaus? Okay, ein Totenkopf. Hm. Sieht ja super safe aus. Ähm. Komm, sprechen wir mit ihr. Sie kann doch niemals so böse sein. Wir können sie ja fotografieren. Versuchen wir das als Erste. Schönes Bild. Ach, Mann. Ansehen. Sieht wirklich so böse. Ich sollte sie nicht vorher denunst. Komm, wir reden mal mit ihr. Sicher, du willst nicht alleine sein? Sit down, wenn du willst. Wir wissen, dass sie sauer auf uns ist. Wir entschuldigen uns. Sorry, I wussed out. No worries. I know my stepdork can be scary. I'm not as brave as you. And David is indeed a stepdouche. I'm sorry, you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home. I never trusted David. Ach, ich bin froh, dass ich ihn fotografiert habe. Das bin ich wirklich Leute. War gut, dass wir uns vielleicht nicht in die Angelegenheit mit Kate und ihm eingemischt haben, sondern dass wir stattdessen ein Beweisfoto haben. Ich bin froh, dass ich seine Fotos mit Kate fahre. Just in case. Warum war er alles in ihrer Scheiße? Er hat eine Art weirre Agenda. Er hat viele secretive Files. Rambo denkt immer, dass er die Fehmensintelligence enthält. Akten? Ja. Ich kenn die Akten. Ich habe ihn nicht in der Zeit. Ich habe ihn nicht in der Zeit. Ich habe ihn nicht in der Zeit. Was hast du? Verrückt Fotos von Kate Marsh. Other Blackwall students. Das Mann macht ihn sehr ernst. Er macht ihn auch sehr ernst. Er macht ihn nicht in der Zeit. Er hat ein totaler Surveillance fetisch. Er hat eine Spie-Cams in der Haus. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Chloe, dein Haus ist unter Surveillance. Was sagst du? Es gibt Kameras all über das Haus. Ich sah es auf einem Monitor in der Garage. Ich wusste es. Er ist so hella fucking paranoid. Ich werde das jetzt ein Geheimnis halten. Ich werde das jetzt ein Geheimnis halten. Es gibt manchmal Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Kein Wunder, dass ich so schuldig bin. Jeder in dieser Stadt kennt alle seine Geheimnisse. Aber ich interessiere mich gerade tatsächlich mehr für Chloe. Ich wusste es so blazed, es wäre ein sehr schwer. Du brauchst so viel Geld? Ja. Ich warte viel viel. Ich warte viel viel. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie sich aufhören. Um... Wenn du Geld hast, dann... Wie viel du wirst? 3,000 plus Interest. Und bevor ich ein Stück von Nathan beklebe, er hat mein Geheimnis mit was. Gott, Chloe. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, ich bin... Dann was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden bin. Ich warte und der Perf war, und der Perf war schweig, nach mir mit der Kamera. Geh auf. Alles war ein Blur. Ich versuchte ihn in den Ballen, und habe ein Lampen. Nathan freaked, also habe ich so einen Bumrush die Tür, und gehe die hell aus. Max, das war verrückt. Hat er sie... Hat er sie missbraucht? Ähm... Interessantes Thema. Ich wäre sauer. Ich bin so faszinierend, ich kann gar nicht sprechen. Was hast du dann gemacht? Ich habe gedacht, ich würde ihn bezahlen, um es kalt zu halten. So haben wir ihn in den Ballen. Und er brachte eine Waffe. Das war Nathans letzte Fehler. Lass uns die Polizei rufen. Ja... Wir haben ja jetzt so keine Beweise, dass er eine Waffe dabei hat, aber wir wissen ja, dass eine Waffe aus dem Keller von Chloe entwendet worden ist, und bei Gott, ich hoffe nicht, dass diese Waffe zum Einsatz kommt, und am Ende Chloes Familie das irgendwie untergeschoben wird. Polizei, ich glaube, damit kann Chloe nicht allzu viel anfangen. Wir geben ihr erstmal den Hinweis, dass er immer noch gefährlich ist. Er ist noch gefährlich, Chloe. Nicht nur zu dir. Oh, gut, dass du den Prinzip nicht informiert hast. Ich fühle mich sicherer. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hast mich retten. Ich bin immer auf das. Ach, Mann. Ach, Chloe. Wenn das ist, ich hoffe, wir können Rachel finden. Ich liebe sie, Max. Ich liebe sie, Max. Oh, oh, was passiert mit Max? Oh nein. Oh nein! Oh nein! Noch mehr! Oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind wieder im Alptraum. Alles klar! Wir sind soeben wieder in unserem Traum und das mitten in einem Gespräch mit Chloe. Das heißt, das passiert nicht nur, wenn wir einschlafen. Das passiert unplötzlich, ohne dass wir das kontrollieren können. Und unser nächstes Ziel ist, wir sollen dem Weh folgen. Vielleicht gibt es weitere Antworten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich finde es unfassbar spannend. Also wirklich unfassbar spannend. Und die Geschichte gefällt mir jetzt schon echt super. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung bislang mit mir teilen. Und in die Kommentare tippen. Auf geht's und los! Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!